Hallo liebe Weinfreunde, wir sind heute in Kleinheppach in unserem Weinberg, der heißt Kreuth. Hier haben wir junge Reben gepflanzt und zwar eine neue Zukunftssorte, laurot. Das sind hier Hochstammreben. Das ist eine kleine Besonderheit, die sind besonders lang. Normalerweise sind die Propfreben ungefähr nur so hoch, wenn sie frisch gepflanzt sind. Die besondere Reiterane ist, dass die Unterlage besonders hoch ist. Das Edelreis ist hier oben und für uns im Bio-Weingut hat es den Vorteil, dass wir nachher mit der mechanischen Unterstockbearbeitung, also das Unkraut, das wir bekämpfen müssen im Unterstockbereich, das haben wir mit dem Edelreis weg. Wir können das nicht so leicht beschädigen. Daher der große Vorteil, auch von der Arbeit her, ist es für uns deutlich praktischer, so zu arbeiten. Wir müssen nicht hier unten die ganze Zeit im Boden, sondern die Arbeit beginnt erst hier oben. Für uns ziemlich praktisch. Und heute drücken wir hier Stickel. Das heißt, die Reben sind ein Linealengewächs. Sie brauchen eine Unterstützungsvorrichtung, die es uns ermöglicht, eigentlich die Reben in ein System reinzubringen, mit dem wir wunderbar arbeiten können und dass die Trauben nachher am richtigen Platz sind. Und dabei hilft uns natürlich der Traktor, der drückt uns die hydraulisch rein. Wenn die Pfosten an ihrem Platz sind, dann kommt irgendwann mal auch der erste Grad oder noch mehr. Wenn euch das interessiert, wie dann die Anlage vollends fertig wird. Dafür gibt es dann ein neues Video. Damit ihr es nicht verpasst, abonniert unseren YouTube-Kanal und wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Like. Vielen Dank!